Schön gemacht und jetzt kommt der schnellste Bayern-Spieler, Reuter. Er kann 11 Sekunden auf 100 laufen. Ecktrüb. Und Wegmann hat die Chance und der Ball ist drin. Ja, ist denn das die Möglichkeit? 3-0 für Bayern München, ein tollter Konter. Über Nacht bei, über Reuter bis zu Wegmann. Ein sensationeller Verlauf, 41. Minute in San Diro, 3-0 für Bayern München. Hier ist die Wiederholung, vorbei an allen, Jürgen Wegmann. Ein schulmäßiger Konter. Jetzt haben die Bayern genau den Raum, den sie brauchen. Und damit wäre der deutsche Rekordmeister doch in der dritten Runde. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte es nicht geglaubt. Aber das Spiel ist natürlich noch nicht zu Ende. Wir haben noch drei, noch vier Minuten bis zur Halbzeit. Und dann nochmal eine ganze Dreiviertelstunde. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.